Hallo und herzlich Willkommen zu der Vorbereitung des heutigen Livestreams. Ja, ich hatte ja vor 2-3 Tagen abstimmen lassen auf welchen Server ich kommen soll bezüglich des Livestream-Projekts und da hat Deimos ganz ganz klar gewonnen und deswegen werden wir auch auf Deimos gehen. Ich habe mir hier schon den Account erstellt, xfossi, und wir hatten ja die Idee, ich glaube KingMusic123, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hatte der die Idee, wenn man das per Livestream macht, dann könnte man das ja auch so als Server-Neustart betrachten, das heißt, wenn ihr da mit Bock habt, dann könnt ihr das mitmachen während des Livestreams, einfach mit mir neu anfangen, einfach so ein bisschen just for fun, leveln und so weiter. Und ja, die Idee dahinter war, dass ihr euch einen Account erstellt mit xv. Also, ihr könnt euren ganz normalen Namen benutzen, aber da noch irgendwie drin xv unterbringen. Das heißt, zum Beispiel machen wir es hier einfach mal erstellen. Ja, das dauert jetzt ein bisschen lange, da haben wir es. Ja, Lucana wäre jetzt gar nicht mal so klug, weil der ja noch auf einer anderen Map viele Missionen machen muss. Das heißt, es würde ein bisschen länger dauern. Deswegen machen wir jetzt hier als Beispiel einfach einen Krieger. Ähm, ja, dann hier xv, das kann man natürlich auch irgendwo anders unterbringen. Twitch, so, zum Beispiel. Das wäre ein Beispielname oder Twitch xv. So könnte es auch gehen. Schaut jetzt nicht so Mördergranate aus, aber, oder hier, den reserviere ich mir nochmal, xv. Ne, Quatsch. xvcx. So was. Würde alles gehen. Ähm, einfach nur, damit wir sehen, wer macht beim Projekt mit, wer nicht. Und ja, ich habe eben schon mit den lieben Cranky geschrieben. Das wird auf jeden Fall heute klappen. Das heißt, auf jeden Fall ist Cranky Capone mit dabei. Ich werde jetzt gleich nochmal den coolen Fragen, ob der auch Bock hat mitzumachen. Und ja, ich würde sagen, gegen 19 Uhr wird es losgehen. Er stellt euch schon mal einen Account, beziehungsweise einen Charm mit eurem Namen, xv, irgendwas. Und, daimos blaues Reich. Ich wiederhole, daimos blaues Reich. Geht es um 19 Uhr circa los. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ich freue mich mega. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Und haut rein. Bis denn, ciao. Da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Bis zum nächsten Mal.